Hallo, herzlich willkommen zu meinem mehrsprachigen Vorstellungsvideo. Die schwierigste Frage, die man mir stellen kann, ist, woher kommst du? Ich bin in Stuttgart geboren. Aber, wie mein Vater aus Chile kam, bin ich italienisch. Aber nicht italienisch. Meine Mutter ist in Portugal. Ich bin in Portugal seit 9 Jahren. Das war auch da, dass ich mit dem Theater bin. Heute, ich bin in Stuttgart und in Viener und mich mehr in den Filmen. Das ist das, was mir gefällt. Ich habe auch ein Dokumentar über die Boxen gemacht. Ich habe auch ein Dokumentar über die Boxen gemacht, das wurde von der Radiodifusion Autrischien OREV. Mein Dokumentar, Punchline, ist über meinen Weg zum ersten Boxen. Ich bin in Boxen für 10 Jahre jetzt. Ich trainiere 4-5 Tage pro Woche. Ich bin sehr Atletik und ich möchte mich zu beantworten. Und, recently, habe ich die Skateboard wiederentwickelt. Und, wenn es Zeit ermöglicht, habe ich die Trigualde Fusion gemacht. Ich denke, es ist eine Danza oriental, moderne, mit Musik elektronischer árabe. Vale. Das ist alles für heute. Wenn Sie mich kontaktieren möchten unter zambitokati.com, finden Sie alle Informationen. Würde mich freuen, Sie kennenzulernen. Bis dann! Tschüss! 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 Tschüss!